Und es geht weiter... so... Teil 2 auf YouTube jetzt... Wir können hier uns umschauen... ... aber auch nicht so komplett rum... Hier kann ich nicht irgendwie Ransom und Fotos machen, oder? Ich hoffe, es ist noch nicht so... Wieder 10.000 irgendwas bekommen? Sieht aus wie Erfahrungspunkte oder sowas... Es ist eine neue Mission... Und ich weiß verdammt noch mal nicht, was es ist... Es klopft... Ich bekomme ein Geschenk... Nighttime... Ähm... was haben wir hier? Äh... ja oder nein? W... wofür soll ich mich entscheiden? W... wofür ja oder nein? Spiel beenden, oder? Hier ist auch wieder ja und nein... Alter... Das gefällt mir irgendwie nicht... Okay, das war das... Ah, hier gibt es mehrere Frisuren... Okay... Was ist das? Ein Mixer aus der Zukunft, oder was? Ein Mixer aus der Zukunft, oder was? Okay, das dritte war dann... Alle Objekte ansehen... Wahrscheinlich... Was man so freigeschaltet hat bis jetzt... Hier haben wir Geschenke... Kann die verteilen? Keine Ahnung, was ist R? R ist gar nichts... Mit X komme ich zurück... Das war das erste Casino, okay... Man kann hier sogar die Einsätze... Ich weiß, dass ich überhaupt kein Glück habe... Kann ich das Geld, was ich so verdient habe... wieder verspielen? Wir haben aber gleich ein Paar... Wir haben aber gleich ein Paar... Ihr wisst, was ihr wisst... Natürlich erhöht die erst mal... Warum nicht? Das ist deine Wünsche... Ich weiß nicht... Zwei Könige heißt nicht, dass man gewinnt, ne? Sogar zwei Asse... Damit kann man noch verlieren... Trotzdem... Wir sind da, um zu spielen, ne? Ah, nein... Das war ja faul... Ja, stimmt... Weg damit... Okay... Nein... Nicht wirklich besser... Aber wenn es nach den Bildern geht... Hätte ich doch ein Drilling... Ich glaube, das zählt nicht, oder? Okay, hab ich doch gewonnen... Okay... Der Bot hat wieder was geschrieben... Ich dachte schon... Ähm... Gehen wir erstmal so mit... Schmeißen... Die zwei weg... Kriegen... Zwei... Die... Ich überhaupt nicht brauche... Das ist doch... Das ist doch... Die zwei... Einfach nur... Ich weiß... Ich weiß... Ich kann nicht mit dem Drilling irgendwas reißen... Kein Problem... Es war ja jetzt ein bisschen zu viel... Ich bin aus Versehen mehrere mal auf die Taste gekommen, okay. Helena scheint irgendwas hinterhand zu haben, die hört gerade extremst. Wir gehen aber mal mit, wir zocken. Ja klar, gehe ich auf 1000. Warum nicht? Ich werde nicht warten. Showdown! Und? Okay. Die hatte ja gar nichts. Wofür ist sie jetzt so hoch gegangen? Es springt doch auch irgendwie nicht so viel Geld ein. Wofür ist sie so hoch gegangen. Wofür ist sie? 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 Wofür ist sie so hoch. Wofür ist sie? Ich bin derartig. Du bist der勝chende. Ich bin derartig. Dann, komm. Was ist das? Ich bin derartig. Du bist der勝chende. Jetzt wirft sie weg. Ach man... Ich bin aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen. Bleib dabei. Ich will nicht unbedingt höher gehen. Kann ich davon irgendwas behalten? Wenn ich jetzt eins von beiden behalte? Oder beide behalte? Werf die 6 weg und dann... Oder ich werf alles weg und dann kommt ein Buche und ein König? Ich weiß ja nicht, was so als nächstes kommt. Aber scheiß drauf. Ja, genau. Ich hätte einfach nur die 6 wegschmeißen sollen. Ach, scheiß jetzt. 440 wollte ich doch gar nicht. Hat die ein paar? 2-1 oder was? Ah, also dagegen komme ich natürlich nicht an. Naja, raus hier. Ja. Ich glaube dann ist auch der Tag mal zu Ende, oder? Äh... 5-1. 2-1. Wurde. 2-1. 3-1. 3-1. 2-1. 3-1. 3-1. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe damit... 3-1. 3-1. 3-1. 1-1. 4-1. 4-1. 5-1. 5-1. Warum nicht? Legen wir uns erstmal eine Runde hin. Pool. Hier kann ich wieder irgendwas auswählen. Easy, normal, easy. Das ist aber alles irgendwie dasselbe. Jedenfalls, die roten Zeichen sind dasselbe. Ich weiß nicht, ob die roten Zeichen das Spiel beschreiben. Und dann in weiß nur irgendwelche Varianten dahinter stehen. So, gegen wahrscheinlich. Das war natürlich easy. Erstmal. Ach du Scheiße. Das könnte schon mal schief gehen. Auf der PSP hatte ich immer, selbst wenn ich die richtigen Tasten gedrückt habe, meistens schon das erste verfehlt. Man muss ja die Tasten drücken, die auf dem Ding da ist. Ich rufe jetzt. Ich rufe jetzt! Herr... Danke! Danke! Ich würde aber gerne mal eine Runde Volleyball gewinnen. Easy. War es beim letzten Mal nicht auch irgendwie easy und dann... Mal gucken, ob ich jetzt schaffe, den Ball nicht gegen das Netz zu schlagen. Ich bin okay. Ich bin bereit. Mal gucken, oder? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, oder? Es geht nicht. Ja, es ist klar. Ich habe es jetzt nicht geschrieben. Es kommt! Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit! Ja! Jetzt kommt es zuerst. Ich will wissen, wie ich den Ball richtig hart rüberschlagen kann. Wenn ich richtig hart... Ja genau... Das wäre jetzt aber nicht mein Fehler. Die hat ihn einfach nach draußen geschlagen. Das! Ich bin jetzt! Ich habe auch geschafft! Oh, oh, die Frau! Naizu! Entschuldige! Das ist... Das ist... Ich habe da jetzt... fast vergessen zu reagieren. Ich kapiere das noch nicht so richtig. Schlagen muss ich noch selber, okay. Schlagen muss ich noch selber, okay. Ja! 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 So viele haben die Ankündigungen zu dem Livestream auch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist Vita der Einzige, der... das Video angeguckt hat und... Ja... Na bitte! Geht doch! Ja! 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 Es sah jetzt aber auch ein bisschen komisch aus, wie die da reagiert hat. Außer ein bisschen... total daneben. Hat wahrscheinlich gerade eine Muschel im Sand gesehen oder so. Los geht's! Ja! 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 Die hat gegen das Netz geschlagen und der ging nur rüber. Ja! 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 Die guckt einfach nur zum Ball und... Ja! 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 Ich wollte hinten ein bisschen abwarten. Das war jetzt aber auch kein richtiger harter Schlag. Muss rüber. Man muss hier irgendwie warten, bis der Gegner mal einen Fehler... Okay, jetzt hat sie dann aber gegen das Netz geschlagen. Kann ich jetzt nix für. Jetzt... Ich dachte, jetzt kommt erst noch ein Replay? Na? Hä? 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 Steht die da einfach total abwesend rum, was... Was ist? Die reagiert noch nicht mal drauf. Okay. Was ist das? Was ist das? Die verarschen mich doch. Ach du total abwesend. Hm? Ich kapier es nicht. Los, rüber. 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 Jetzt... Punkt, los. Oh, das war ein richtig harter Schlag, okay, zack, zack, das bis jetzt beste Match, obwohl das wirklich beste. Das ist ja hier. Wenn die Gegner einfach nur teilnahmslos da rumstehen und überhaupt nicht auf den Ball reagieren... ...kommt man sich schon ein bisschen veralbert vor. Cool. Ja, das ist schon so! Ja, das ist schon so. Na geht doch. Einmal gewonnen, yeah. Ja. Irgendwie kam es mir so vor, als ob auf der PSP damals mehr zu tun war. Das ist ja gar nicht. Kann ich noch ein paar Fotos machen? Okay, das ist jetzt nochmal dasselbe. Ich wollte ranzoomen. Wie geht ranzoomen? Hä? Nein, ich wollte zoomen. Achso. Scheiße. Ach Mist. Total verpasst. Das sieht auch scheiße aus. Guck mal in die Kamera. Äh. Marie, ich bin ein bisschen疲ert. Könnte man nicht irgendwo mal Geschenke öffnen? Ich weiß jetzt auch nicht, wo das auf der PSP war. Weil sonst... Vielleicht ist es auch hier irgendeins. Ich mach mal hier ja. Ich mach mal hier ja. Ich mach mal hier ja. Okay. Das war dann wieder einschlafen. Ich mach mal hier ja. Ich mach mal hier ja. Ich mach mal hier ja. Äh, ich bin allein. Warum bin ich allein? Hä? Ich hab aber nicht irgendwie vom Team trennen gemacht, oder? Ich hab doch nicht mehr geholfen. Verleihung wieder? Sagen wir mal mal hier zur Leitung, bitte? Ich hab's dabei mit diesem Spiel. Ehh. Gerne, ich hab's dabei gemacht. Ich hab's dabei auch mit meinemafall verاثbieren. Du bist meine Lieblingspust. Wir sind besser mit unserem Amantwoord. Allein kann ich leider kein Volleyball spielen. Oh, bin ich immer noch allein, gibt es doch nicht. Sports Shop. Okay, was können wir denn hier mal kaufen? Gab es den mal nicht irgendwie in blau? So oder so? Rot. Okay. Nee, ich hab nicht das, was ich will. Sack of Old Raid. So, hier gibt es. Okay. Oh, eine schöne Pizza jetzt. Kann ich die irgendwie gleich essen? Knickknacks. Hä, was macht das? Naja, das muss ich als Geschenk einpacken lassen. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man Geschenke auspackt. Cool, was können wir hier machen? Easy. Machen wir das hier mal. Oh. Okay. Okay. Kreis. Und L und R. Ja, ich glaub nicht, dass ich das hinkrieg. Okay, doch gewonnen. Eins von drei. Kommt mir ein bisschen einfach vor. Das war's schon. Hm. 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 Schon wieder eine Nacht. Das krieg ich mir wie ein Geschenk. Ach. Natürlich, auf vier geht das. Hab's rausgefunden. Bin ich doof. Eine Lupe. Warum nicht? Kann ich meine... Kann ich vielleicht mal den Ball besser erkennen beim Volleyball dann? Was ist das? Oh, kann ich das essen? Oh, ich kann das sogar essen. Was kann ich nicht essen? Was kann ich hier ja machen? Oder was kann ich hier überhaupt machen? Hä? Ne, nicht, dass ich's wegschmeiße. Tja, so viel hab ich hier noch nicht. Oh, jetzt bin ich wieder... Gibt immer noch nichts anderes. Hier müssten dann jetzt bei Items irgendwo... Na, hier haben wir mal die Lupe freigeschaltet. Was auch immer das bringt. Einfach nur Sammlungen komplett haben oder was? Na, hier haben wir jetzt noch nicht. Na, hier haben wir jetzt noch ein paar Geräusche Làn. Das ist doch so. Ja, da gibt's jetzt noch ein paar Geräusche. Wenn wir da jetzt noch ein paar Geräusche machen, über den Geräusche kommen, über den Geräusche machen. Boah, das ist aber auch doof, dass ich jetzt hier wieder alleine... Da ist nur die. Die hat mich ja schon abgelehnt. Easy, normal. Was können wir hier spielen? Machen wir mal easy. Okay. X-Kreis. Wird mir angezeigt, was ich drücken muss? Okay. Nein. So weit hinten war ich auch wieder nicht. Oh, die Rolle sah schon cool aus. Jetzt kommt die Die Machen. Ah, holen Sie. Na, haben Sie mit dir mit in Spannung? Na, ich bin nicht so weit, aber jetzt ist es nicht. Nein, das ist nicht so. Hä? Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, das ist so. Das ist so. Willst du dich mit Marie und Pfeu? Sie sind nicht so schön, was ich? Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Es gibt eine große Rolle. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen疲れてit. Ich bin ein bisschen疲れてit. Was haben wir jetzt gekriegt? Hä? Dead or alive? Was soll das darstellen? Was bringt es? Blau oder Gelb? Ich versteh es nicht. Poco roulette blackjack. Poco roulette blackjack. 500... Was? 5000? Poco roulette blackjack. 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 Das war... Das war leider nicht. Falsche Taste gedrückt. Kann ich genau so aufgeben. Huh? Marien, du kannst es nicht sehen. Genau. Du kannst es nicht vergessen. 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 Ich werde das nicht vergessen. Es ist egal, was ich hier verletze... Okay, es gibt sie doch nicht. Auf jeden Fall ist die Karte gekommen, auf die ich gehofft habe. Aber ob ich gewinne? 2 Paare, 2 Paare, haha, hab ich wohl die höchsten Paare gehabt. Ich beende die YouTube-Aufnahme erstmal wieder und einmal mache ich jetzt noch und mal schauen, auf jeden Fall für YouTube bis die Folge ist das Ende, ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dann.